Ja, Hallihallo, willkommen zurück zu Warcraft 3 Reign of Chaos, nein, The Frozen Throne, kleiner Einschub, und zwar die zusätzlichen Prolog-Missionen, die es nicht in Reign of Chaos in das finale Spiel geschafft haben, die wurden mit The Frozen Throne mitgeliefert oder nachgeliefert, die spiele ich jetzt gerade noch, dementsprechend ist das gerade ein kleiner Einschub und wir sind jetzt bei Mission 2 dieser, ja, drei missionsstarken Tutorial-Missionen, die es da damals war. Es gab in der Warcraft 3 Demo und ja, dann geht es jetzt weiter damit. Beim letzten Mal haben wir uns Murlocs hier gefangen genommen, nachdem wir hier ein Menschenlagerblatt gemacht haben. Und ihr hört es schon, oder ihr hört es auch wieder nicht, diese Missionen sind nicht vertont. Und sie waren quasi keine richtigen Kampagnen, ähm, Missionen mehr und somit hat sich Blizzard wohl die Vertunung an der Stelle gespart. Ja, leg dich nicht mit, äh, Thrull als Schamanen an, der kennt jetzt dich zu Tode. Also, dann holen wir mal zehn Gefangene raus, das sollte wohl macht was sein. Ah ja, und Farsight ist auch nicht verfügbar. Das Ganze werden wir im Laufe der Kampagne noch häufiger sehen, dass solche Zauber dann plötzlich nicht funktionieren. Da, wo sie mal, ja, ich sag jetzt mal, übergebührssinnvoll wären. Also, ich war nicht so, die Kampagne da drin. Schlag die Hälfte. So, hier können wir noch Menschen rauslassen. Wenn ich da so, dass er uns zankbar ist, dass wir ihm die Freiheit schenken könnten... ...mach dir lieber, kriegen wir uns. Das heißt, die können wir nicht stehen lassen. Der hat seine Knarre noch, hey, Merlox, nimm dir mal eine Knarre weg. Was ist denn da los, hier? Ist im Gefängnis und hat eine Knarre? Wir sind halt ganz krass da hier. So, und zum Dank haben wir jetzt die Menschen noch weg. Ich dachte, es soll da so ein fettes Schloss drin hängen, da kommen wir gar nicht durch. Scheint auf jeden Fall ein etwas größerer Map zu sein. Hab ich jetzt gar nicht so erwartet. Was passiert hier denn? Ich habe hier mehr Erfahrung. Eine Mischung zum Mandelan. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig oder falsch ist, wenn man es überhaupt sollte. Ich weiß nicht, ob es hier ein Stronger-Feeling gibt, würde ich sagen. War das wohl so gewollt? Die nehmen wir auch gleich mal. Höh? Kremeln wir mal bis hier um. Und das kommen wir hier nicht um. Okay. Noch mal das Stronger-Feeling. Vielleicht habe ich ja diesmal gewollt, wenn wir das nicht mehr genommen haben. Ich glaube, ich habe da hinten was vergessen, oder? Nein, da geht es nach oben dran. Bevor wir hier weiterlaufen, gucken wir uns noch mal einen Meter zurück. Oder zwei. Irgendwo müssen ja unsere Orks nicht sein. Achso, hier ging es gar nicht weiter. Ah, ja. Die Murlocs spielen ja ansonsten in Warcraft 3 erstmal keine große Rolle mehr. Das machen sie ja erst wieder so ein Stück weit bei World of Warcraft. Da gibt es die auch. Die sind ja weit verstreut. Es gibt ja genug so, ja, man könnte es sagen, Clubs oder halt NPCs quasi, die halt irgendwo in der Wirkung stehen, die man halt weghaut für Erfahrung. Und da sind die recht häufig anzutreffen. Und ja, da hat man häufiger mal irgendwelche, mit irgendwelchen Murlocs zu kämpfen. Zumindest war das mal in, ja, ich würde mal sagen, so in Classic der Fall. Auch in Burning Crusade. Das heißt, ich finde es gerade in aktuellen, in der ganz weiterhensiv. Was haben die denn hier? Sollen wir, der Kamerjäger war noch hier, oder? Ich bin hier sogar die Auffolmarbeitung. Komm mir vor, wie so ein Hausmeister für mich. Ich bin der Warchief. Die Spirits are restless. For honor. Die haben gekämpft, aber haben verloren. Oh. Oh ja. Das sind ein paar Spirits. Ich bin der Warchief. Plus. Sechs. Dann nehmen wir doch mal die mit. Oh. Ich bin hier. Oh, hier können wir sogar die Warchief schon haben. Ich bin der Warchief. Moment mal. Das heißt, hier unten ging es ja. Nicht wahr. Das heißt, wir müssen ja sogar dadurch. Ich bin der Warchief. Hm. Dann haben sie hier die Karte wieder maximal für Schocken gebaut. Den Platz komplett ausgenutzt, den sie irgendwie da zur Verfügung hatten. Oh, das hat er gerade umdelt. Und später um, kochen. Ich bin der Warchief. L Beef. Ja. Wir sehen, ihr weitere Warchief. Näst. Ja. Nein. und dann kann man bitte. Oh, da gibt es noch ein Hauberfeuer, dann schmeiß ich mal den weg auf den Ring. Der ist schon mal sehr sinnvoll, denn der macht schon mal 5 extra Schaden. Ich gucke mal einen Wölfen, was wir hier so finden. So was kann ich euch sagen, das ist im Grunde Fall nicht umsonst da. Genau, hier gibt es nämlich schon wieder eine Mana Potion. Kommen wir da hin, wenn der Wolf Platz macht. Wenn der Wolf Platz macht, dann können wir dahin gehen. Time has come. Let's get on with it. Look, Naros. None will survive. I am the War Chief. Let's get on with it. Dann nehmen wir noch mal neue oder so. Die haben ja auch total die Camouflagefarben hier, die sieht man ja gar nicht. So, also. Weiter geht es im Text. Ich bin ja so Steine. Haben die dann nochmal irgendeinen Easter Egg eingebaut. Ah ja, hinter Steinen verbergen sich Steingolams. Da kommen wir aber auch so hin. Ah, so. Also, ziemlich für die Katze hier den Weg frei zu machen. Hm. Dabu. None will survive. Aber da kommen wir doch auch schon hin, oder? Also. Oh, warte mal. Da ist plötzlich ein Schamanen, okay. Dann war es ja doch nicht ganz umsonst hier. Oh, da kam schon Kampfrausch. Ja, schnige Sache. Bester Zauber, den die Orks haben. Warte mal. Hm. Dabu. Das war jetzt wohl immer ein Skolafini. Nichts brauchen wir doch nicht. Aber wir wären ja auch von vorne hier durchgekommen. Da war auch nochmal ein Tor. Let's get on with him. Lokrigar, Lokar. Dabu. I am. Lokrigar. Hau mal noch mit Stein noch weg? Ne. Leider nix. Leider nix. Da gibt es aber wieder was So, die Perlchen, ja, da ist der zweite Wulfrach Da gibt es ja eine Mana-Fauschen und ein Healing So, würde ich mal sagen, das ist nicht so, und drücken wir die Scroll of Healing Let's get on with it Let's get on with it I am the one For honor Let's get on with it The spirits of restless I am the one The spirits of restless I am the Warchief Oh Let's get on with it I am the Warchief The spirits of restless I am the Warchief The spirits of restless Let's get on The spirits of restless Good offcoming, das ist aber eine ziemlich starke Seite an mir Äh, schmeiß mal einen Drang hier auf Oh Vier Agio Wind Das ist für den Scharfseher echt nicht von schlechten Eltern I am the Warchief The spirits of restless Wow Let's get on with it Yes For honor The spirits of restless So man den Zahnar durch haben kann At the time Lodge Let's get on with it hell Sackgasse Das sind dann mal ne Wölfe Ich hab doch hier gerade geblendet Ach das sind die Okay, dann geht's hier noch weiter Yes Lodge Die haben sich wieder hier versteckt Genauso wie hier die kleine Skliddle. Dann haben wir da hinten noch ein kleines Eck, da ist aber auch nur Schatten. Zwei, fehlen uns noch zwei Gefangene. Meine Mission gegen Murlocs finde ich auch sehr witzig. Wir lösen den Menschen. Wir ersparen ihm das Schlimmere, was sie mit dem Murlocs enttun, der weiß, was sie mit dem anstellt. So, dann können wir mal hier die ganzen Fernkampfeinheiten hier raushauen. Und wo ist denn unser Letzter? Der Letzte müsste wahrscheinlich dann Sension sein. Tja, jetzt wisst ihr mal, warum es Royal Warchief geworden ist. Der hat sich einfach hier die ganzen Toms gemobst. Man war so klug, stark und schnell, dass ich keiner mehr mit dem Anliegen konnte. Hey, da ist ja was. Guck mal einen an. Hei Kumpet. Der Hauptgeschäfts courte Gruß. Los regar, Nogal. Ziemlich düstere Mission Da geht hier auch noch einer Drauf von unserer Horde Moment mal, da hinten ist ja noch Vielleicht ist da noch einer Wollte noch Braille-Healing und einmal eine Scroll of Healing Das ist gut, denn ich wollte sowieso noch mal eine raus haben Gehen wir zum letzten Mal Oh, ich stehe hier wieder von letztem Lüster So, jetzt ist das Schöne dabei weg Das ist ein bisschen Sexheld, da hat er schon mal einer an Es gibt hier auch noch Müller-Helten Ja, Ritual ist durch, Patient ist tot Klasse 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 Jetzt hält er erst mal eine Rede Während hier das Gefängnis einstürzt Na dann, jetzt aber raus hier Oder auch nicht Denn da gibt es eine weitere Gefahr Die Seehexe Ja Aber Was es mit der Seehexe auf sich hat Das erfahrt ihr und ich Wohl in der nächsten Folge Denn Das soll es für heute gewesen sein Ich danke euch fürs Zuschauen Lasst mir gerne einen Kommentar da Wie euch diese Zusatzkampagne Oder diese Tutorial-Kampagne so gefällt Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt Beim nächsten Mal wieder mit Teil 5 Wenn man die Tutorial-Missionen der Orcs alle zusammenzählt Oder in dieser Nummer dann Teil 3 Gut Wir sehen uns Bis dann Ciao